hallo ihr lieben und herzlich willkommen auf meinem kanal das duftstübchen ich bin yvonne und ich bin eure unabhängige sensi beraterin worum geht es heute ich möchte euch heute einfach mal das starter kit für 32 euro vorstellen und was noch bis ende des monats gültig ist fangen wir an mit der lampe ihr bekommt in diesem starter kit die classic curve in grau diese lampe alleine kostet 42 euro also habt ihr da auch schon mega mehrwert dass das schälchen die lampe da ist ein glühbirnchen drin die glühbirne ist immer im lieferumfang enthalten ich mache sie euch auch einmal kurz an wir sind so ein paar lichtpunkte die gehen ringsherum und unsere lampen haben alle ein kabel mit 1 meter 50 länge dann habt ihr einen sensi bar black raspberry vanilla das ist ein frischer bäriger duft also jetzt auch super für die für die herbstzeit und der ist wirklich lecker unter anderem habt ihr ein probe päckchen set dabei ist die wäsche pflege die körperpflege reinigungspflege und ihr habt auch haustierpflege proben sind auch enthalten dann sind dabei fünf kataloge die könnt ihr direkt an eure bekannten verwandten familie freunde verteilen und könnt denen direkt zeigen was denn sie ist dann habt ihr dabei einen schnellstart leitfaden da werdet ihr willkommen geheißen in der sensi familie und hinten stehen da so ein paar tipps drauf wie man mit diesem kleinen paket am schnellsten starten kann und ganz wichtig was noch dabei ist sind unsere tester wir haben im programm im moment über 80 stifte in diesem duft tester probeset habt ihr 22 aktuelle dürfte das sind so kleine tiegelchen die sind mit dem entsprechenden duft gefüllt da können alle dran schnuppern und dann kann man sich da schon mal ein bild machen wie die dürfte denn auch riechen genau das ist das kleine paket für 32 euro also ich sage immer das ist ein starter kit für leute die gerne mal wenn sie kennenlernen möchten die gerne mal so eine lampe in der hand haben möchten die gerne mal probieren möchten wie das mit dem duft ist wie lange so ein duft hält und wie intensiv die dürfte sind und ob das überhaupt für jemanden in frage kommt ich empfehle zum starten wenn man wirklich mit sensi starten möchte immer unser großes starter kit für 99 euro weil da ist dann wirklich aus jeder kategorie ein fullsize produkt enthalten und damit kann man dann so richtig loslegen genau das war es eigentlich schon wer fragen hat darf sich gerne bei mir melden ihr dürft euch allerdings auch ihr könnt euch ihr dürft nicht also ihr könnt ja wenn ihr wollt euch auch direkt über meine website anmelden und wenn ich das dann sehr bekommt ihr natürlich auch post von mir so das war es eigentlich ich wünsche euch noch einen zauberhaften freitag und sage bis bald